Die alte hat sie doch nicht mehr alle! Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit der ersten Frage des Texts und die heißt Der verrückte Hutmacher hat dich ein Buch total verwirrt oder mit einem unbefriedigend offenen Ende zurückgelassen? Verwirrt hat mich eigentlich kein Buch so richtig. Natürlich gab es mal ein paar Bücher, wo du gesagt hast, ja gut, die Handlungsstränge machen für dich jetzt nicht so viel Sinn, aber es ist schon allgemein ein Sinn dahinter. Aber das mit diesem unbefriedigenden offenen Ende, das haben wir natürlich öfter, beziehungsweise habe ich da auch einige Bücher, die ich euch jetzt in die Kamera halten könnte. Aber auf Anhieb fiel mir jetzt direkt ein Buch ein, das ich auch im Februar gelesen habe und worüber ich euch auch eine Rezension natürlich hochgeladen habe. Und das ist Save Me! Aus aktuellem Anlass muss ich natürlich jetzt das hier mal in die Kamera halten. Das Buch hat mir ja, wie ihr wisst, sehr gut gefallen. Aber am Ende kommt so ein richtig schöner Cliffhanger. Natürlich ist das für die Autorin klasse, denn jeder fiebert jetzt ganz gespannt auf das Erscheinungsdatum von Band 2. Aber für den Leser ist es natürlich schon ziemlich nervig, weil man doch unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Frage Nummer 2. Das weiße Kaninchen. Lesestil. Lieber schnell und viel oder langsam mit Genuss? Da muss ich sagen, das variiert immer. Natürlich ist man so als Booktuber oder als Bookstagrammer dazu verleitet, ein bisschen unter Druck zu geraten. Weil man sieht, der hat jetzt in diesem Monat schon 5 Bücher gelesen und der hat in diesem Monat schon 6 Bücher gelesen. Aber du, lahmarsch, hast erst 2 Bücher gelesen. Aber ich versuche da immer, mich nicht so unter Druck setzen zu lassen. Es ist immer noch ein Hobby. Es ist immer noch etwas, was ich mache nach der Arbeit zum Entspannen oder einfach abends im Bett, um ein bisschen vom Tag abzuschalten. Aber wenn man gerade mal so in einem Buch drin ist, dann liest man ja einfach irgendwie schneller, weil man wissen will, wie das Buch weitergeht. Und wie es mit den Charakteren weitergeht. Andererseits gab es natürlich auch Bücher, da habe ich so die Charaktere ins Herz geschlossen, wo ich dann dachte, okay, das Ganze hat 6 Bände. Du bist jetzt bei Band 5 und bald ist das Ganze vorbei. Da hat man dann irgendwie gemerkt, dass man das Buch dann öfters mal zur Seite gelegt hat, um das Ganze noch ein bisschen länger zu ziehen. Noch länger in dieser Welt oder in dieser Story verweilen zu können. Aber normalerweise bin ich jemand, ich hang ein Buch an, ich lese das Buch und ich lasse mich da echt nicht unter Druck setzen. Wenn es mir gefällt, lese ich es meistens schneller. Und wenn es mir nicht so gefällt, dann merke ich halt schon selbst, dass ich es öfters mal zur Seite schiebe und vielleicht mal ein anderes Buch dazwischen schiebe. Oder einfach so eine kleine Leseflaute kommt und ich dann mal eine Woche am Stück gar nicht lesen möchte, weil mir das Buch, das ich aktuell da liegen habe, einfach gar nicht zusagt. Und ich bin ja ein Mensch, ich kann ja keine Bücher abbrechen. Dann kommen wir zur Frage 3. Die Grinsekatze. Gibt es ein Buch, in dem du dich total geirrt hast? Da muss ich ein bisschen überlegen, weil bei den meisten Büchern liest man sich den Klappentext durch oder vielleicht noch die ein oder andere Rezension. Und da sind dann so viele Fragezeichen gar nicht mehr offen. Aber ein Buch, in dem ich mich wirklich geirrt habe und es mittlerweile aber dennoch zu meinen Favorite-Büchern gehört, ist diese Triologie, die Edelstein-Triologie von Kerstin Gier. Da geht es ja um Gideon und wie heißt sie? Gwendoline, glaube ich. Ja genau, Gwendoline. Und als ich mir damals den Klappentext durchgelesen habe, dachte ich, es geht darum, dass die Protagonistin Gwendoline irgendwie es schafft, in der Zeit zu reisen und sich dann in einer anderen Zeit in jemanden verliebt. Weil es ist ja auch hier der Untertitel, Liebe geht durch alle Zeiten. Und irgendwie war ich felsenfest der Annahme, dass unsere Protagonistin durch die Zeit reist, sich dort verliebt, aber dann nochmal zurück in ihre Zeit muss oder irgend sowas. Und im Endeffekt geht es ja darum, dass Gwendoline und Gideon zu einem Kreis gehören, wo dann jeder ein Edelstein ist und dass sie durch die Zeit reisen müssen, weil sie ein bestimmtes Gen haben. Und dann, ich sage jetzt einfach mal, die Welt retten müssen, grob gesagt. Also als ich dann die Bücher gelesen habe, war ich dann doch schon ein bisschen, okay, das, was du dir gedacht hast, das ist jetzt so gar nicht eingetroffen. Aber trotzdem hat mich die ganze Reihe so fasziniert und gehört wirklich bis heute noch zu einer meiner absoluten Lieblingsreihen. Kommen wir zur nächsten Frage. Isst mich, trink mich lieber dicke oder lieber dünne Bücher? Wenn ich so meine letzten Lesemonate Revue passieren lassen, da sind doch mehr dicke Bücher als dünne Bücher dabei gewesen, wobei man eigentlich auch immer von dem eigenen Empfinden ausgehen muss, weil für mich sind zum Beispiel dünne Bücher auch Bücher, die nur 250 Seiten haben oder 300 Seiten haben. Andere sagen, dünne Bücher sind so Kurzgeschichten oder Bücher bis 100, 150 Seiten. Das kommt ja immer darauf an, wen du fragst. Dicke Bücher sind bei mir natürlich sowas wie aus dem letzten Monat City of Glass mit 750 Seiten oder sowas. Das bezeichne ich wirklich auch als dicke Bücher. Aber dann so einzelne Bände, Romane mit 300 Seiten, da weiß ich jetzt auch nicht genau, ob ich das als dickes oder als dünnes Buch bezeichnen soll. Aber da ich jemand bin, der zum Beispiel so Reihen extrem gerne liest und sich länger in einer Story verweilt als zum Beispiel in einem Einzelband, bin ich doch eher der Fan von dicken Büchern, weil die Reihen halt doch sehr oft dickere Bücher sind. Dann die nächste Frage. Die Herzkönigin, lieber Helden oder Anti-Helden? Eigentlich bin ich ein Verfechter von Happy Ends und dass am Ende der Prinz die Prinzessin rettet oder dass der Held die Protagonistin rettet. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Captain America Fanatiker bin und ich glaube, es gibt keinen, der das Wort Held besser verkörpert als Captain America, der ja wirklich das pure Gute ist, manchmal schon zu moralisch ist, aber er ist einfach mein Herzmann und ich lasse auch nichts Schlechtes über meinen Captain America kommen. Natürlich gibt es in manchen Büchern auch die Bösewichte, die ich extrem feiere. Aber wenn ich mal so überlege, welche Bücher ich gelesen habe, da war ich eigentlich immer schon auf der Seite der Helden. Kommen wir zum Wunderland. Lieber Fantasy-Welten oder die reale Welt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, lieber reale Welt mit Fantasy-Elementen. Also wenn das Ganze zu High-Fantasy ist und man sich wirklich beim Lesen dreimal überlegen muss, wo man sich gerade auf dieser Welt befindet, dann ist das für mich oftmals viel zu kompliziert. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich Sachen wie Herr der Ringe absolut liebe. Aber bei den Büchern hat es mich da auch gestört, dass da gefühlt drei Seiten lang die Landschaft beschrieben wird. Es ist natürlich schön. Man kann sich natürlich viel besser ein Bild von der ganzen Welt machen. Aber wenn man jetzt nicht einmal im Monat die Filme guckt, dann weiß man auch nicht richtig, wie die Welt zusammengesetzt ist. Und dann sind dann zum Beispiel Bücher wie Die Chroniken der Unterwelt. Die spielen in New York, haben aber trotzdem Fantasy-Elemente. Da ist ja in dem einen Buch, war auch hinten drin die Stadtkarte von Manhattan, wenn ich das noch richtig weiß. Da war dann auch drauf verzeichnet, wo das Institut sich befindet, wo zum Beispiel Valentins Yacht gelegen hat, wo der Eingang zum Elfenreich ist und so weiter. Das ist einfach... New York kann man sich vorstellen. Man hat ungefähr eine Ahnung, wie es dort aussieht, was dort so los ist. und kann dann überlegen, gut, jetzt hast du New York, aber da ist zum Beispiel ein Institut. Da wohnen die Wehrwölfe, da wohnen die Vampire und so weiter. Und das ist sowas, das mich dann eher in seinen Bann zieht oder länger fesselt als diese High Fantasy. Der Chabberwocky. Kannst du laut lesen oder lieber leise? Natürlich kann ich laut lesen, aber da ich kein Autor bin, der Lesungen halten muss, kommt es eher selten vor. Natürlich, wenn dann jetzt irgendwann mal meine Nichte alt genug ist, dass ich ihr abends eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen kann, dann werde ich natürlich auch mal laut vorlesen. Aber ich sage einfach mal, zu 99% lese ich abends auf dem Bett oder abends auf der Couch oder in meiner Mittagspause ein bisschen. Und ich glaube, wenn da jemand nebendran sitzen würde und ich würde einfach mein Buch laut vorlesen, der würde auch denken, die Alte hat sie doch nicht mehr alle. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Tweedledee und Tweedledum. Wenn du zwei oder mehr Bücher liest, gibst du einem den Vorzug? Bei mir kommt es ja wirklich ganz, ganz selten vor, dass ich mal wirklich zwei Bücher gleichzeitig lese, weil ich mich eigentlich immer auf eins konzentrieren möchte. Natürlich kommt dann manchmal sowas wie Leserunden. Da sagt man ja einfach, wir lesen in dieser Woche von Kapitel 1 bis Kapitel 4. Und wenn du dann bei Kapitel 4 angekommen bist nach zwei Tagen und dann auch die ganze Woche hast, dann kannst du ja schlecht sagen, gut, ich lese es jetzt weiter. Ansonsten mache ich es meistens so, dass ich ein Hauptbuch habe, dass ich einfach weiterlese, egal, ob ich gerade in irgendeiner Leserunde mit drin bin. Aber dann kommt es oftmals auch dazu, dass ich zum Beispiel auf der Arbeit ein anderes Buch dabei habe, dass ich einfach dann auch jeden Tag in meinem Schreibtisch liegen lassen kann und nicht immer hin und her schleppen muss. Das verknickt nämlich die Bücher und dann sehen sie nicht mehr so schön aus. Und dann kommt mein Zwang wieder zum Vorschein, dass es mir optisch nicht mehr gefällt und dann darf es nicht mehr in meinem Bücherregal wohnen. Ich weiß, ich bin komisch, aber ich lebe seit 30 Jahren damit und ich habe mich daran gewöhnt. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und die lautet Pool of Tears, gibt es ein Buch, das sich schockiert oder zum Weinen gebracht hat? Da ich ja ein Mensch bin, der sehr nah am Wasser gebaut ist, gibt es da eine Liste, die ist gefühlt so lang von Büchern, von denen ich geweint habe. Gerade gestern Abend habe ich im Bett noch eine Folge Jane the Virgin geguckt und das war die Folge, als sie ihr Kind kriegt und als dann ihre Mutter reingesprungen kam und sie animiert hat, dass sie jetzt pressen soll, habe ich direkt geweint. So viel mal dazu, aber kommen wir wieder zu Büchern. Ich habe mir dieses hier ausgesucht, Vorbitten von Tabitha Tsuzuma. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Dann geht es ja um ein Geschwisterpärchen, das quasi Elternersatz für seine kleinen Geschwister ist. Es entsteht zwischen den beiden so einer Art Liebesgeschichte, was natürlich nicht sein sollte, aber wo die Liebe hinfällt, man kann es sich ja manchmal nicht aussuchen oder eigentlich nie aussuchen. Und das Ende des ganzen Buches hat mich doch sehr schockiert und zum Weinen gebracht, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Und ich weiß nicht, ich habe glaube ich in einem Leserückblick oder in einem anderen Tag, ich muss noch mal schauen, dann verlinke ich es euch oben, habe ich auch schon mal darüber gesprochen, dass ich da wirklich tagelang von diesem Buch so gepackt war, dass ich kein anderes Buch lesen wollte. Ich wollte mich in keine andere Geschichte reinfallen lassen, weil diese hier mich so berührt hat und einfach wirklich nicht losgelassen hat. Das war jetzt mein Alice im Wunderland Buch-Tag. Und Sarah, ich danke dir noch mal fürs Taggen. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du weißt ja, wie sehr ich Tags liebe. Und das wird auch sicher nicht der Einzige gewesen sein. Ich werde jetzt niemanden bestimmten taggen. Das mache ich ja eigentlich nie. Aber wer Lust hat mitzumachen, der darf natürlich sehr, sehr gerne auch diesen Tag machen. Ihr dürft mir dann auch gerne euren Link schicken, damit ich sehe, was ihr für Antworten gegeben habt, welche Bücher euch zum Weinen gebracht haben oder wie einfach eure Lesevorlieben sind. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Restsonntag. Ich hoffe, euer Wetter ist ein bisschen besser als bei uns hier im Saarland. Es ist nämlich total verhangen und regnerisch. Lana liegt hier neben mir auf der Couch. Die muss ich schon quasi aus dem Bett prügeln, dass sie wenigstens mal kurz in den Garten geht. Aber das sind einfach die Probleme der Hundemenschen, die einen Zuckerhund haben. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.